ein herzliches willkommen zurück zu lego harry potter die jahre 1 bis 4 so was müssen wir hier machen ich habe keine ahnung wie jetzt gerade sind wenn alle hier halt eine runde ach doch ich war hier doch schon mal so erscheint jetzt naja gut okay okay ist nix ich das damals nicht gemacht wie lucky die ach wir sind hier ich verstehe wohin zeig mir den weg jetzt mach mal den hier dankeschön hier rein Oh, wie lang? Wie lang? Wahrscheinlich hier, ja. Okay, machen wir. Komm rein. Warte mal, wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Ruhe oder so haben. Aber so wie es aussieht, eher nicht. Hier rein, da rein. Okay, hier. Ui. Krätze wird gejagt. In der letzten Folge habe ich mich beklagt. Ja, dass ich diesen Zauber nicht habe. Jetzt kriege ich ihn. Das ist gut. Hör doch mal auf. Ja, wieso nicht? Hä? Okay, doch. Okay. Wie das? Gut. Nummer 2. Da oben haben wir... Göttchen. Hält ich mal alleine? Ist auch außergewöhnlich. Auch, glaub ich, im Glück noch nie, hä? Das wollte ich so eigentlich nicht, aber dann sammeln wir das schnell auf. Warte, warte. Ach, ich kann ihn auch nehmen. Das ist ja prima. Hä? Mach mal den hier. So, was haben wir hier Schönes? Mach mal hier den. So, warte mal. So, ich räume nur auf. Auch den kann ich wieder aufblasen wahrscheinlich, den Schimpfkopf. Okay, besonderes ist hier nicht. Hier ist ein Hof, was wegbliebt, ja? Was ist das denn? Hä, was ist das? Oh, ich kann auch mal was von... Hä? Mach ich da mit? Gut. Immer Platz. Ja. Komm. So. Gut. Mach mal den hier schnell. Dann halten wir nicht den. Oh, wieder ein Buch. Oh, oh. Einer noch. Was mach ich denn hier mit? Gut. Jetzt hat aber... Gut funktioniert nicht. Nein. Okay. Okay. Hier nochmal. Das schickt mich so. Hä? Wieso geht denn das jetzt nicht? Oh. 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 He. Okay, es fehlt eine Kiste, wo ist die? Hier fehlt eine Kiste. Hier oben kann ich noch D hier machen. Hä? Wo ist die Kiste hin? Ich muss doch hier irgendwie, kann ich hier eigentlich rein? Oh ja. Doch, die Kiste. So, jetzt haben wir es aber. Also gut. Haben wir das. Dann können wir weiter. Spaß gemacht. Ich kann jetzt die verscheuchen. Wo muss ich hin? Hier ist sehr ruhig. Geist, wohin? Geht in die Richtung. Also da lang. Bin so froh. Also ohne diese Pfeile wäre das ja. Warte mal. Wo geht der denn? Ach doch, da geht's lang. Okay. Ohne diesen Richtungsweg, weiß ich, wäre das echt Katastrophe. Das haben sie ja echt gut gemacht. Da bin ich sehr dankbar. Hallo. Oh, dann gehen wir hier lang. Ah, geht's wieder in den verbotenen Wald, oder wie? Mhm. Gucken wir mal. Wo hin? So, da haben wir noch einen. Hier noch einer. Weißt du dich? Ja, was mache ich damit? Gehen wir zu Hagrid mal. Hagrid, das ist immer schön. Hm. 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 Haha? Ugh! Huh? Huh?! Hmph. Los, helft ihm! Und tschüss! So, was muss ich machen? Schnapp dir mal schnell deine Mieze. Mieze, Gaben. Gaben, sehr gut. Was mir nichts bringt. Ach, ne, was machst du? Kann ich hier auf irgendwas schießen? Ne. Uh. Habe ich irgendwas getroffen? Oh shit. Warte mal. Warte mal. So, und jetzt? Und dem hier vielleicht? Ach, nerviges Ding. Oh, jetzt hier. Was? Ah, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, okay, 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 okay. Alles klar. Dann machen wir das so. Oh. Ups. Hermine, es wäre mal cool, wenn du nochmal deine Mieze holst. Oh. Oh. Wieso trifft dieses blöde Ding hier alles? Oh. 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 Und die auch mal hin in der Mitte. Hier ist die Mitte. Oh. Das war nicht so cool In die Mitte, bitte in die Mitte Heide, nein Ist echt widerspenstig So, sehr gut Gut Hammer dich Gibt's jetzt Ruhe Leben wäre nicht schlecht, ne? Gut, Hammer Okay Okay, sehr gut Dann rein da Warte mal, kann ich auf das Zeug schießen? Oh ja Ich weiß nicht, was das bringt Aber es ist ja was Vorsichtig rübergehen Was war das jetzt? Was war das denn da? Okay, jetzt ist eine Kugel runter Da habe ich mir die Kugel Ist die irgendwie schweben lassen? Ah Ah Okay, warte Oh Na, komm Wunderbar Das macht Ah Okay, da muss ich ein bisschen was machen Schien's doch auf das Ding Gut, das wollte ich Oh 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 Warte Da kann ich ja runter Mach da wieder den Weg frei Sehr gut Oh Schnell Schnell Boah Boah Das steht schon ein bisschen blöd im Weg drin Geh doch mal weg Verdamm Verdamm Ui Komm, schnell So, der Weg ist frei Das ist schön Oh, warte Wir schauen mal, ob ich mal rüberkomme Also Das war schön Das war lustig Fast gemacht Oh, oh Oh, oh Hä? Irgendwie sind die ja cool Ja, die sind ja auch cool Die sind ja auch lieb Aber Ich muss sagen Ich würde hier Die Folge enden Und bei dem nächsten Beim nächsten Mal weitermachen Ich sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis deine Tschüss Bis zum nächsten Mal